Hallo Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Im heutigen Video gibt es mal wieder ein super leckeres und einfaches Rezept. Heute für mein Lieblingskartoffelbrot. Es ist super, falls ihr Kartoffelbrei übrig habt, dann könnt ihr das weiterverwenden. Ihr könnt dieses Brot auch einfrieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Brot nachzumachen, denn es ist super saftig und knusprig. Nun wünsche ich euch viel Spaß dabei und los geht's. Für unser Kartoffelbrot benötigen wir 750 Gramm Weizenmehl. Ihr könnt die 750 Gramm aber auch aufteilen in 300 und 450 Gramm. Dann verwendet ihr einfach zwei verschiedene Weizenmehltypen miteinander oder benutzt eine ganz andere Mehlsorte. Da seid ihr völlig frei, je nachdem was euch besser schmeckt. Das verwendet ihr einfach. Dann geben wir noch Trockenhefe hinein und Salz. Ihr könnt auch frische Hefe benutzen, aber löst diese erstmal in unserer warmen Wassermischung auf. Das Wasser sollte nicht zu heiß und nicht zu kalt sein. Da kommt noch Honig dazu. Alle schön miteinander vermischen und dann zu unserer trockenen Mehlmasse hinzugeben. Jetzt darf natürlich nicht die Hauptzutat fehlen und zwar unser Kartoffelbrei. Der Kartoffelbrei kann natürlich vom Vortag benutzt werden, falls er eingefroren war oder einfach vom Mittagessen zu viel übrig geblieben ist. Einfach dazugeben, wichtig ist nur, dass er natürlich schön abgeschmeckt ist. Ansonsten nochmal schön leicht nachsalzen. Unser Teig kann nun verknetet werden, entweder mit der Hand oder mit der Küchenmaschine. Der Teig sollte schön geschmeidig sein und keine Sorge, falls er leicht klebrig sein sollte. Das ist völlig normal. Das kommt natürlich vom Kartoffelbrei und dadurch wird dann unser Brot schön saftig. Nun müssen wir ganz kurz unseren Teig herausholen, damit wir die Schüssel einfetten können. Dafür gebt ihr einfach etwas Öl hinein und nun kommt unser Teig wieder zurück in die Schüssel. Der Teig muss nun ruhen für insgesamt eine bis eineinhalb Stunden. Bedeckt die Schüssel am besten mit einem frischen, nassen Handtuch oder mit einer Frischhaltefolie. Wenn euer Teig schön aufgegangen ist, müsste dieser sich mindestens verdoppelt bis verdreifacht haben. Ihr seht, der Teig ist super luftig. Und ja, dann gebt ihr auf eure Unterlage etwas Mehl, damit euer Teig natürlich nicht kleben bleibt. Und ihr seht, wie geschmeidig und toll dieser Teig aufgegangen ist. Auf die Oberfläche des Teiges verteilen wir jetzt noch etwas Mehl. Und nun könnt ihr entweder mit der Hand ganz vorsichtig weitermachen oder ihr verwendet eine Teigkarte. Wir müssen jetzt alle Seiten immer wieder schön nach innen einklappen. Ihr seht es hier, wie ich da vorgehe, damit zum einen natürlich das Mehl vorsichtig eingearbeitet wird. Aber ihr natürlich nicht so viel von dieser luftigen Struktur des Brotes zerstört. Ich starte meistens mit einer Teigkarte, um das Mehl grob in den Teig einarbeiten zu können. Mache dann mit der Hand weiter, aber nur noch kurz, um den Teig zu formen. Entweder kugelförmig oder länglich. Je nachdem, denn man sollte den Teig natürlich nicht zu lange und zu stark kneten. Sonst geht die ganze Luft raus und der Teig sollte natürlich schön geschmeidig bleiben. Nun benötigen wir einen Topf, am besten einen Römertopf oder einen anderen Topf. Hauptsache ihr habt noch einen Deckel und der Deckel sollte kein Glasdeckel sein. Ich gebe dann immer noch Backpapier hinein. Ihr könnt aber auch den Topf einfetten und mit Mehl bestäuben. Nun können wir die Oberfläche von unserem Teig nochmal leicht mit Mehl bestäuben und ein schönes Muster einritzen. Danach den Deckel verschließen und den Teig nochmal 15 Minuten ruhen lassen. Ihr findet übrigens alle genauen Mengenangaben auch unten in der Videobeschreibung. In der Zwischenzeit kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Und zwar würde mich interessieren, welches Rezeptvideo wünschst du dir als nächstes von mir? Schreib es unbedingt in die Kommentare hinein, denn dann kann ich deinen Wunsch erfüllen. Wenn du fertig bist mit dem Muster einritzen, wie gesagt, Deckel drauf, 15 Minuten ruhen lassen und dann in den kalten Backofen auf der untersten Schiene für 50 Minuten lang backen, dann Deckel rausnehmen und 10 Minuten fertig backen, damit die Kruste schön knusprig und braun wird. Und jetzt schau dir und hör dir das Ergebnis an. Ihr müsst dieses Brot auf jeden Fall nachbacken, denn jeder, der es bei mir probiert hat, war so begeistert davon. Es ist so saftig und knusprig, schmeckt einfach gut. Es geht schnell und einfach, also probiert es unbedingt aus. Und an diejenigen, die sich Sorgen machen, ob das Brot zu stark nach Kartoffeln schmeckt, nein, keine Sorge. Der Kartoffelpreis ist auch nur dafür da, dass das Brot schön saftig ist. Und ich freue mich wie immer über deine Unterstützung, indem du das Video likest, teilst und kommentierst. Ja, das war es mal wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und das geht euch allen gut. Bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.